Hallo! Wir kriegen es einfach nicht hin, oder? Wir sprechen uns einfach nie ab. Bist du das hier? Ne, bist du nicht. Bist du Mac? Ne, ich bin Bill. Ich habe dieses Gefühl, der Killer wird gleich bei uns sein. Bist du hier, Billy? Ja! Aber der ist gerade noch bei uns. Alles klar, dann... Jetzt kommen wir zu uns. Okay, cool. Scheiße, wieso bist du schneller als ich? Nein! Zum Glück ist er mir vorbei geholt. Nein! Der Franks ist wieder gegangen! Und ich habe diese tolle Werkzeugkiste mitgenommen. Ups! Scheiße. Ich habe eine geile Taschenlampe. Ja, so ein Scheiß aber auch. Für die Scheißrunde, ich bin so sicher. Und wir haben Ruinen, kriegt doch alles. Ach komm, so ein Scheiß, lass disconnecten und... Geh weg da, geh bloß weg da. Ja, manchmal hätte ich auch noch etwas zu disconnecten. Ja! Und dann kommt man so, ach die Runde wird eh nichts. Schnell weg und einfach eine neue anfangen. Ja! Oh nein, was macht die denn? Wollt sie. Achso, okay. Oder ist es eine Trollalala? Nee. Und ich die andere? Ähm... Ja, die ist gleich hier. Ja. Ja, aber man könnte mich jetzt auch holen. Ach, sie hat mich jetzt auch. Sehr gut. Thank you very much! Ich hasse Ruinen. Oh, ich hab... Ah ne, jetzt habe ich ihre Werkzeugkiste. Aber ich will doch... Ich will doch meine Werkzeugkiste haben. Kannst du dich heilen? Ja. Ich wollte nur grad gucken, ob ich noch meine Werkzeugkiste finde. Hier ist doch nicht so der beste Ort. Der hat hundertprozentig überhaupt kein Chili dabei. Meinst du? Ich glaub schon, ja. Oh, wer ist hier? Ist das bei euch? Scheiße, das ist bei mir, ja. Okay, dann reicht es zu ihr. Ja, scheiß drauf. Fuck. Ja, ich weiß auch nicht, was das alles alle tun sollen. Scheiße, ist jetzt noch der Keller hier, ey. So ein Mist, ey. Hä, was bist du denn? Okay, scheinbar ist der Keller doch nicht hier. Schade. Mit dem Freibögel finde ich ja wirklich, das könnten sie echt mal verkürzen. Ja, es ist echt manchmal gar nicht, also es ist meistens gar nicht schaffbar, so. Ja. Also wenn der nicht irgendwie dreimal irgendwen schlägt oder halt nicht mal fallen lässt, dann schafft man das nicht. Ja. Ja. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Ich habe schon bewusst die Dichte der Haken verringert. Ich bin irgendwie auch so gefühlt gar nicht. Ja. Mann, wieso hab ich jetzt hier noch so Scheißrunden hier, kannst du mir das mal sagen, Becks? Weil du Scheiße bist! Du hast so recht. Du hast so recht. Ich muss mal wieder guten Content liefern hier. Oh, hallo Berlin. Nein! So, ich lauf jetzt. Hä? Ach ne, das war meine. Oh, meine Tasche. Danke. Oh, lebt eine Werkzeugkiste. Tick. Oh nein. Ja, vielleicht nicht mehr geschafft. Ja. Danke. Wir haben noch keinen Generator gemacht. Wir haben immer noch verüben und, ach Gott. Ja, stimmt. Wir haben echt noch gar keinen Generator gemacht. Nein. Oh, das ist ja echt traurig. Oh, jetzt ist einer fast fertig. Keiner kommt zu mir. Doch, ich komme. Ach so, okay. Sehr gut. Warte kurz, er kommt jetzt aber zu uns erstmal. Warte kurz, ich kann dich auch nicht holen. Okay, er verfolgt eine. Ich komme zu dir. Oh, schaffe ich es noch? Ich glaube ich schaffe es nicht mehr. Du schaffst es beim Struckle? Ich glaube nicht. Der Struckle wird kommen. Nee, ich glaube du schaffst es noch. Du Bill? Ja, ich bin Bill. So. Lauf erstmal ganz weit weg. Bleib kontinuierlich am... Ach so, ach, er hat den ja noch gar nicht. Okay, dann komm her. Okay, jetzt hat er ihn. Aber wenn er Barbecue und Chili hat, ähm, sollte man es beeilen. Heilschneller, Junge, heilschneller! Ich bin jetzt ein wenig langsam. Er sind die Jahre gekommen. Stimmt, hast recht. Also immerhin, wir haben jetzt mal einen Generator geschafft, ja. Und laufen. So, da kommt er nämlich auf. Ich hasse Barbecue. Oh! Er folgt mir. Hm? Ah! Ah! Was? Alles gut, alles gut. Ich dachte, da würden wir freuen. Aber dem waren wir. Also der kleine Bill hier wird sich jetzt bald verabschieden. Was? Du hinkst schon zweimal? Ja! Okay, ich komm zu dir. Ich sehe dich. Schaffst du nicht mehr, schaffst du nicht mehr. Doch. Mach die Palette. Runter. Hallo! Renn weg! Warte? Achso. Fuck. Renn weg! Aber Mai! Ich dachte noch einmal hängen und ich muss da eh verfolgt werden und... Das ist doch eh alles scheiße. Ich scheuche jetzt alle Krähen auf gerade. Da rennt die noch hinterher, oder? Nee. Hallo! Hält ganz schöne Mocke ist der Hildeli. Ja. Mit dem mal pumpen. Wie ich hier im Schrank weiter vor mich hin huste. Ja. Ist immer gut, da gehe ich in die andere Richtung, aber... Okay. Also ich versuche mich schnell ein bisschen zu heilen, ja? Ja. Ja. Ja, sagen wir mal ehrlich, in dieser Runde werden wir eh nicht mehr viel reißen. Nee. Aber dann holen mich doch lieber, dann kriegst du Punkte, dann halten sie an Fliegen seitdem. Ja, aber ein bisschen drauf nochmal sicher gehen würde ich schon gerne. Okay. Es tut mir so leid. Ist schon okay. Aber dann wäre es natürlich cooler, wenn die anderen nicht eigentlich holen würden, weil die ja nicht verletzt sind. Ja, die sind aber gerade in der Nähe des Killers und die müssen auch irgendwie Generatoren machen. Ich habe immer Angst, euch zu verklicken. Ich kenne das. Kennst du diesen Druck, wenn so jemand von ganz hinten angelaufen kommt, und du so am Strucklen bist? Ja. Und dann so Angst, dass du dich verklicken? Auf jeden Fall. Wir lassen uns kurz wegrennen. Okay. Also jetzt mal kurz in den Schrank gehen. Ja, wir gehen beide in den Schrank, gute Idee. Das sind ja zwei. Schnell, schnell, schnell. Fall dich! Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Was noch gesehen hat? Deine Schranktür? Ich hoffe mal. Ja, also ich habe immer jetzt nicht gesehen. Kann ich mich nicht rausziehen? Nee, mir auch nicht. Oh Gott! Er kommt! Scheiße! Oh Gott! Oh! Oh Gott! Ich habe schon so Schiss gerade, ne? Ich trau mich irgendwie immer noch nicht. Ich will einfach nur bis zum Ende weines Lebens in diesem Schrank bleiben. Ja, der andere macht die anderen vier Generatoren. Und dann er kommt wieder. Hey, heim mich doch mal du! Ach so, ja, komm mal hier, hier neben das Grüne. Hä? Hä? Was ist für mich? Wie? Wie? Du junges Girl! Verrühr mich nicht so! Das ist eh egal! Ich glaube, ich muss auch wieder öfter Verzerrung mitnehmen. Ja, der ist eigentlich ganz gut der Körper. Ja, oh! Oh! Der war auch im Schrank! Wir waren alle im Schrank! Oh, schön! Also ich habe Kinder auch gedacht, hm, das stimmt. Aber du Scheiße, jetzt müssen wir doch eigentlich wieder in den Schrank gehen. Stimmt. Oh, hier ist einer. Ich habe einen gefunden! Doch! Komm da rein, du Idiot! Ich wollte eigentlich nicht so schnell den Schrank. Ich habe einen Flup! Eigentlich müsste ich ja ein Dwight sein jetzt, ne? Eigentlich schon, ja. Komm, ich bin Held, ich hole sie. Okay, cool. Brauche ich den Generator. Oh, du mal eine tolle Werkzeugkiste. Moment, da landet das auch schon weit weiter. Oh, fuck, er ist hier. Okay, sag bestimmt, wenn ich kommen soll. Alles gut, ich habe für ihn Zeit. Achso, okay. Oh, okay, cool. Oh, warte, du musst ja in den Schrank gehen. Nee, nee, aber doch, ey, ich glaube. Alles für die Punkte? Nein. Ach, weißt du, bist jetzt der Tod. Oh, nein. Einfach nur so lange aushachen, bis es Zeit ist, sich die Luke zu suchen. Ja. Oh Mann, ich bin schon echt ein Schisser, ne? Aber ich muss halt sagen, so wäre ich halt im realen Leben auch. Oh, okay. Vielleicht ist das im realen Leben dann gerade ein bisschen anders. Ist das Zeit für einen Schrankwechsel? Was? Ich würde sagen, es wird Zeit, die Luke zu suchen. Ja, aber erstmal muss ich warten, bis da habe ich kein Schelettern weg ist. Bestimmt. Ich würde sagen, es wird sich auch... Scheiße, ich... Ich will eigentlich gar nicht in diese Lage kommen, dass ich dann... Dass ich dann die Ausklinge aufmachen muss. Äh... Wobei, der ist ja noch gar nicht tot. Oh, scheiße, da war ja was. Okay. Wieder langlaufen sehen. Ich gehe auf Umwegen zu ihm. Mhm. Jetzt brauche ich auch noch gar nicht nach der Luke zu gucken, jetzt ist die ja noch gar nicht da. Ist hier wirklich erst ab dem letzten Mal? Ich weiß es immer nicht. Ne, nicht unbedingt. Es hängt davon ab, wie viele Generatoren noch zu machen sind. Du hast mich auch mal geholt, also muss ich dich auch holen. Aber decken werde ich dich nicht, dafür bin ich ein so großer Schisser. Wie ein kleiner Schisser. Großer Schisser. Okay, komm, du schaffst das. Uh, der Generator hier unten ist auch schon recht weit, scheinbar. Ist der unten? Wo ist'n der? Ist da unten überhaupt einer? Hä? Hä, bin ich dumm? Wo ist'n der? Der ist, glaube ich, oben. Das hört sich nur so an, als wie der unten. Achso. Der ist oben und draußen. Ah, okay. Ach nee, der ist hier. Wir sind doch gar nicht so weit. Ah, okay. Naja, egal, mach ich mal weiter. Mal sehen, wer David ist noch verletzt. Aber der Killer weiß nicht, wo er ist. Der hat keine Selbsthaltung. Oh, fuck. Oh, fuck. Der hat immer noch nichts dran. Da voll auf den Latz knallen hier. Ach ja, komm hier, leck mich doch alle hier am Arsch. Junge, mach keinen Generator, geh in den Schrank. Ah, ich glaube es wird keinen Überlebenden geben. Ach, sei mal nicht so negativ. Ich glaube an den David in uns, an den David in uns allen. Ah, ich glaube irgendwie nicht an ihn. Oh, da kommst du in den Keller, schön. Ja, ne? Das ist für den Damen kuschelig. Ja, auf jeden Fall. So David, zeig's uns. Aber ich muss halt sagen, es ist irgendwie auch ganz schön diesen Druck nicht zu haben. Ja. Manchmal, ja. Was macht denn der David? Ja, der läuft krass, steckt krass ein bisschen. Oh, der ist verletzt und scheiß. Ja, der ist in der Zeitung. Das ist schon bitter. Was? Ich wollte sagen, scheiße und bitter, manche bitter. Ah ja. Ich ver... Manche spielen auch echt matschig, muss ich sagen. Ja, vielleicht ist es daran, dass es... Oh, er wird verfolgt. Ich hab meine Taschenlampe. Oh. 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 Oh, was machst du denn? 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 Nein! Oh. Das verstehe ich aber auch nicht, was da ihre Motivation gerade war. Die werden irgendwie blenden. Ach, so ein Scheiß. Das wollte ich nicht sehen. Ja, schnell raus, ja. Ja, cool. War ne scheiß Runde, aber... Naja, was soll man machen? Das passiert halt. So, ich hab schon über 450.000 Blutpunkte gesammelt. Jetzt muss ich einmal in den Shop gehen und gucken, was da gerade so... Was da so gerade gibt. Mhm. Aha, irgendwie... Nichts, was ich brauche. So wirklich. Das ist doof. Naja, sprach ich ein bisschen weiter. Cool. Also, wir danken euch fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr noch gerne mal sehen wollt, oder was weiß ich, Wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback und sonstige Anmerkungen. Ähm... Ja, ne? Das wollten wir nochmal sagen. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!